Gesundheitswarnung, Personen mit Herz- und Kreislauferkrankungen sowie Schwangeren wird von der Nutzung dieses Spiels abgeraten. Sie spielen dieses Spiel auf eigene Gefahr. Willkommen Freunde zu einem neuen kleinen Horrorprojekt. Wir spielen heute Pineview Drive. Wow! Oh nein! Och nö! Och nö! Nö, 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 nö! Das Spiel ist aber bis jetzt klasse, muss ich ganz ehrlich sagen! Hallo? Ich hab keine Angst, nein, ich hab keine Angst, nein. Boah, scheiß Türen, ey. Es gibt so ein paar Arschloch-Türen hier in diesem Level. Die gehen partout einfach nicht auf. Das ist echt fies, wenn man gar keine Ahnung hat, was hier in dem Spiel auf einen zukommt. Was denn? Was denn? Psst, psst, was, psst? Alter, hör auf. Die Tür ist weg! Die Tür ist... Alter, die Tür ist weg! Die Tür ist weg! Fuck! Wo ist die Tür hin? Wer hat die Tür geklaut? Oh oh. Ah! Nein! Linda! Es hat geklingelt! Scheiße! Ja, ich komme! Ja, ich mach auf! Moment... Oh, guck mal, das ist die Linda. Ah! Ich bin... Ja, mittlerweile färf dich bitte nerven. Wo es hier noch weitergehen soll? Das Haus ist... Gigantisch einfach! Hier ist kein Telefon! Mann! Ich glaub... Neu erschrecken werde. Und da habt ihr es gesehen? Stromausfall! Wir haben jetzt gar kein Licht mehr hier. Also wie die Leute sagen... Es ist so dunkel hier! Ja, es ist Nacht! Ich kann da auch nichts für, also... Ich sehe auch nicht so viel. Ah! Ah! Ich wollte mal gucken, ob ihr euch erschreckt. Warum atmet der... Was? 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 Was ist los? Game over? Ach, Mann! Mann! Für die Leute, die das bis jetzt verwirrend fanden. Es wird doch schlimmer. Jede Nacht Gewitter! Seit acht Tagen! Es gibt noch eine Treppe! Ja! Und noch einen Raum! Ja! Und noch einen Raum! Ja! Verschlossen! Oh mein Gott! Nein! Eine weiße Frau in einem weißen Kleid! Die kommt immer näher! Erinnert mich an The Ring! Oh oh! Scheiße! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Ah! 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 Wie geil! Boah, ist das gru... Das ist irgendwie fieser geworden. Es wird auch fieser, habe ich das Gefühl. Es steigert sich tatsächlich. Ah! Scheiße, die Zähne! Nein! Alter! Na! Ah! Dieser Clown jedes Mal! Saß diese Clown-Puppe nicht vorhin noch auf ihrem Hocker? Nein! Ich habe gerade offiziell für mich bestimmt... Ich will gar nicht wissen, wo der Clown ist. So, die Puppe ist immer noch da. Oder wieder da. Wow! Alter! Der hat jetzt... Alter! Das habe ich mir jetzt eingebildet, oder? Der hat die ganze Zeit so geguckt. Nein! Jetzt ist der Clown hier! Da ist der Clown! Ah! Oh! Oh! Alter! Wo? Ah! 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 Nein! Licht an! Wow! 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 Wow, wow! Ja! Ah! Soll ich nochmal rausgehen? Ah! 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 Hahaha! Haha! Haha! Ah! Ei, 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 ei! Ah! Boah! Boah! Boah, wie creepy war das denn gerade? Hm. Wow! Nein! 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 Die ist weg! Ah! 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 Spinne! Nein! Ich hasse Spinne! Deswegen, äh... Ah! Angeb... Ah! Mann! Ich gucke nicht mehr aus dem Fenster! Ah! 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 Oh mein Gott! Ich hoffe, ich bin nicht schwanger! Ich hoffe, ich bin nicht schwanger! Ich weiß, ich bin nicht schwanger!